ProSub Laptop Dolly Der ProSub Laptop Dolly kommt im praktischen Pillygays mit Rollen. Auf drei Ebenen findet die komplette Dolly-Grundausstattung ihren Platz. Durch den Klappmechanismus verdoppelt sich die Dolly-Fläche. Die beiden Sicherungsleisten verschließen die Dolly-Basis spielfrei. Die Luftreifen sind im Handumdrehen montiert. Der Laptop Dolly hat die wohl stabilste Befestigung für Kamerastative. Gummiziehebel, wie Sie sie von Ihrer Stativspinne oder Gummifüßen her kennen, verankern das Stativ felsenfest. Auch beim Einsatz auf Luftreifen ist es ratsam, die Schiebestange für Schienenfahrten zu montieren, da sie zusätzlichen Halt gibt. Mit der Lenkdeichsel kann man wunderbar schmale Bändekreise fahren. Schienenräder sind im Lieferumfang enthalten und eignen sich gleichermaßen für Schienengerade und Kurken. Für den Schieneneinsatz blockiert man den Lenkmechanismus des Dolly. 200 mm Kugelschalen sind in der Dolly-Plattform integriert. Optional wird ein Adapter für die Aufnahme von 150 mm Fluidköpfen angeboten. Vor allem beim Einsatz eines Chip-Armes liefert die Verwendung des Kamerastatives den stabilsten Aufbau. Für Aufnahmen unterhalb des Putenniveaus bietet ProSub einen Low-Rig an. Natürlich kann man auch auf dem Dolly sitzen. Sitz sowie Bazooka sind stufenlos ausziehbar. So können Sie problemlos 360 Grad schwenken. ProSub bewegt Bilder.